Und so, mein Schatz, jetzt gucken wir mal einmal noch. So, einmal rumdrehen, bitte, danke. Ja, prima. Zeig mal Augen. Beide Augen. Gut. So, einmal stillhalten. Prima. Okay, sehr gut, machst du das. Warte. Gut, stimmt, alles gut. Okay, gut. Prima. Na, Achtung, jetzt wird es einmal doof. Schwurbe die, wups. Verkehr. Okay. Ich mach dir mal hier die Federschmutter ab. Ist ja von dir. Dies machst du gut. So, komm her, Füße. Probier mal. Okay. Andere Seite. Wie gar nicht. Probier nochmal. Komm her. Warte. Okay. Alles gut. Okay. Und jetzt muss ich noch einmal schnabel gucken. Das sieht gut aus, siehst du ja. Halt mal fest. Und so. Mal gucken, die Füße gehen doch. Aber, hm. Das ist nämlich mein Finger. Ja, 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 halt fest. Okay. So, dann machst du das. Ganz große Klasse. Ja, toll gemacht. Hm. Du Rübchen. Bist du nur irgendwo gegen die Knallschulecht? Ja? Wollen wir das mal hoffen? Hm. Und ich bin auch immer oben gucken. Warte, warte, warte. Okay. So, pass auf. Jetzt machen wir einen Deal. Du steigst jetzt mal in die Badewanne. Hm. Ich bring dir noch was zu essen. Und dann gucken wir mal erstmal in Ruhe. Einverstanden? Achtung, ab in die Badewanne. Okay. Mach in Ruhe. Zeig mal, was geht und was nicht geht. Okay, dann machst du erstmal ein bisschen Pause. Ich hole mal was zu essen. Und wir gucken mal, was so in dich reingeht, ne? Gerade toll, mein Schatz. So, schon kurz. Pass mal auf. Ich mach dir hier mal einen Vorschlag. Hm. Prima. Jetzt roste dich erstmal ein Momentchen aus, ne? Kurze Pause. Ich komm gleich nochmal. Okay. Ich wete. Ich k巨elt. Ja, welche noch nicht? Ja. Ich mache welche? Okay, jetzt machen wir ein bisschen dunkler hier, ne? Komm, ich gleich nochmal gucken, mein Süßes hier. Oh, die ist schön aus. Oh, die ist schön aus.